Hallo Leute und Willkommen zurück zu einer neuen Folge oder zu einem neuen Projekt und zwar Terraria Reloaded und ja noch mit mir alleine und bald aber noch mit ganz vielen anderen Leuten mit euch und auch mit dem Team Forever Gaming und wir haben ein neues Projekt geplant mit euch gemeinsam aber ja was das ganze ist das möchten wir euch in den nächsten paar Minuten mal erklären und euch mal so ein bisschen darauf vorbereiten weil das ist ein sehr sehr cooles Projekt und wir haben richtig Bock darauf aber wir müssen erstmal ein bisschen Zombie abschlachten merke ich hier weil hier ein paar Leute unsere Kragen wollen und da ist ja schon hart denkst du so jetzt machen wir ihn mal fertig und es ist noch ziemlich dunkel hier ihr seht kaum was aber das wird sich gleich ändern denn wir werden das ganze jetzt wir werden uns erstellen wir zu dem Stern hoch bauen und dann geht es auch schon los darum kommt aber ich glaube das reicht jetzt hier jetzt kommen wir auf die Schnauze gibt es hier für den Gott verdammten Zombie hier und jetzt kommen wir kommen jetzt noch ein bisschen da kommen noch ein Stück aber ja auch nicht schade da sind wir gestorben aber macht ja gar nichts denn wir sollten eigentlich alle sich da bauen wir neu und da können wir jetzt gleich mal hier aber wir wollten wir hier was ganz anderes machen erstmal ja holz abhauen und da kommt der komische Zombie den wir jetzt auch immer hier weiter auf den jetzt gibt es auch die Fraser und dann das ist auch tot jetzt kraftlich schnell wahrscheinlich eine Pferde gestellt und jetzt erleuchte ich da erleuchte ich uns mal so und nachdem mich den Zombie jetzt getötet habe und wir mal schnell einen Unterschlupf bauen glaube ich mal die ganzen Zombies die gehen mir ganz schön auf die Eier gerade aber was ich eigentlich sagen würde wir haben vor ein neues Projekt mit euch zu starten und zwar eine Runde Terraria spielen und zwar nicht nur mit mir alleine und auch nicht mit irgendjemandem oder nur unser Team sondern mit euch wir wollen mit euch eine Art PVP Event in Terraria entwickeln und wollen einfach mal unser Team gegen euch spielen lassen und jetzt bauen wir sie aber hoch dann komm sag mal was ist denn das hier ok wir sollten vielleicht wir sollten vielleicht uns nicht so im Dunkeln mit den Anlegen wir stünden hier deswegen mal hier ne Fackeln so dann sehen wir ja wenigstens mal was ey es kann doch nicht wahr sein ich würde sagen wir bauen uns einfach jetzt nicht so ein schickes Heus hin sondern wir denken mal ums das ganze vielleicht bisschen so das kann was wir hier grad vorhaben und erzählt dann mal kurz das Menü aber wir gehen jetzt einfach mal hier in die Dunkelheit da kommen nämlich schon die ersten Zombies schon wieder aber wir machen hier einfach dicht so bam so macht man das als allererstes kommen soll und ja da wir jetzt irgendwo kann ich euch so ein bisschen mehr erklären was wir uns da gedacht haben denn dafür kann ich mal das Menü aufrufen weil momentan sind wir ja hier noch in einzelne Teams eingeteilt wir nehmen uns einfach das Team grün das ist jetzt der grünen Gruppe beigeträgt momentan sind wir auf sozial und switchen jetzt auch auf PVP das heißt wir sind jetzt angriffslustig und können jetzt gegen euch kämpfen also wenn ihr Lust und Laune habt mit uns zu spielen dann macht das einfach es gibt immer jetzt drei Videos pro Woche wo ihr mit uns gemeinsam spielen könnt und wo wir die neuen Fortschritte zeigen wollen und ja wir sagen Fortschritte weil das wird halt jetzt kein Projekt wo wir alles möglich aufnehmen denn wir haben uns ganz einfach gedacht da wir in der letzten Zeit auch relativ viel Livestream machen wir einfach immer in dem Stream wenn wir Bock haben gibt es ein bisschen Terraria mit euch und dann können wir einfach ein bisschen gemeinsam spielen also wenn ihr Lust und Laune habt dann kommt auch in den Livestream dann können wir spielen dann sucht euch einfach eine andere Farbe aus wir haben dann noch weißrote, blau und gelb wenn ihr dann mitmachen wollt und dann spielen wir gegen uns oder könnt ihr gegen uns spielen dann könnt ihr mal zeigen ob ihr besser oder schlechter seid ob wir gute in Terraria sind oder nicht und dann können wir mal gucken was man da so alles so machen kann weil wir hatten ja schon mal ein Terraria und schon mal ein Terraria Projekt was aber relativ schnell sich wieder in den Sand gesetzt hat oder was relativ schnell den Backuntergang ist wo wir dann nicht mehr so unterher waren aber genau das soll jetzt mit Terraria reloaded anders sein wir wollen das ganze jetzt mal ein bisschen anders fabrizieren und ein bisschen anders aufbauen und vielleicht auch ein bisschen spannender für euch machen weil wir wollen viel mit euch natürlich auch spielen und deswegen haben wir uns einfach mal dieses Projekt jetzt ausgesucht und montags, mittwochs und freitags gibt es jetzt so um 17 Uhr immer die Folgen ich glaube ich hab schon gesagt dass es drei Folgen gibt pro Woche aber noch nicht gesagt wann und ja das sind die drei Folgen jetzt hier einfach mal hier jetzt guck mal hier kann man hier sterne wir wissen zwar noch nicht was die sterne können aber dafür lernen wir ja mit euch beziehungsweise kämpfen dann gegen euch und auf der 7 haben wir mal hier ein paar wir werden hier so eine ähm hobbethöhle uns einfach mal basteln und das können wir dann hier alles so schickes basteln ach wir haben zu wenig Holz glaube ich würde sagen wir haben zu wenig Holz das ist ja eine Holz klappern wir aber können wir dann gleich dann hier mal hinsetzen auf die 7er Holz klappe ha seht ihr ja genau so sieht es aus wir sind schon hier richtig gut dabei uns ein kleines häuschen zu bauen und wenn ihr Lust habt und sagt ja auf jeden Fall wir haben Lust Terraria zu spielen dann lasst es uns wissen dann spielen wir gemeinsam und dann guck mal da ist gleich der nächste Stern also hier regnet es Sterne aus den Sternen hinten aus dem Himmel kommen die Sterne geflogen also es ist ein Stern im Himmel heute wieder die Witze richtig am Laufen und ja ich würde einfach sagen wir warten bis es mal wieder ein bisschen heller wird aber da hinten geht auch schon die Sonne unter da äh der Mond geht unter ist schon fast weg und deswegen wird es gleich wieder hell und dann hoffen wir einfach mal dass wir besser dran sind als sonst aber ich glaube einfach dass unsere Gegend die wir hier haben oder die ich mir halt ausgesucht habe nicht gerade die beste ist aber das soll sich alles hier glaube ich noch ändern und ja ich wollte euch auch heute erstmal das Announcement für ein Video machen so eine Art Intro oder naja nicht so ein Interesse sondern ein Leitbild oder ein Leitvideo so ein Aufruf für euch und dann ab Mittwoch gibt es dann die erste richtige Folge von Terraria mit dem Meldos mit dem Pascal mit dem Vasabi zum Beispiel zum Beispiel schon jemanden der Lust hatte mitzumachen und wenn ihr noch mit habt oder einfach Interesse habt dann lasst es uns wissen und ja dann würde ich mal sagen dann machen wir jetzt noch hier so ein bisschen hier so eine holzklappe der auf der neuen Watt ist siehst du sie zum Beispiel ist nämlich weg jetzt können wir uns nämlich alle mal Arschlecken dann ähm 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 aber wir holzen hier einfach mal ein bisschen holz ab oh sorry stinktier oder Eichhörnchen was du auch immer bist ich wollte ich gar nicht angreifen wir sind friedliche Geschöpfe das erdreich ist ja wir sind friedliche Geschöpfe das erdreich ist und ich glaube das sollte erstmal erreichen mit ein bisschen holz ist kann man jetzt hier wenigstens ein paar äh Eichhörn jetzt wieder hier sitzen denn beide kommen kommen na komm wir wollen paar Bäume hier noch pflanzen weil wir sind ja so friedliche Geschöpfe das nur weil das da seht da dann können wir hier gleich noch ein paar Blümchen setzen ja wir sind so guck mal da was aufgeleuchtet im Boden da wollen wir gleich mal hingehen gucken was das für tolle Sachen sind ob wir da ein paar Schöpfe finden und Kupfer seht da gleich Kupfer hier äh können wir aber besser als gar nicht haben hier bei uns an der Bude und vielleicht findet ihr auch bessere Sachen bei euren Sachen ich kann euch immer nur den Aufruf geben probiert so aus mit uns zu spielen wir hätten auf jeden Fall Bock dazu und ja hey komm jetzt mach doch mal her ich glaub warum bin ich nicht grad der höchste aber da liegen wir mal ein paar Münzen von uns die nehmen wir natürlich mit und auch hier die Fakke die würde ich auch gern wieder haben dass wir da Fakke haben wir auch wieder alles passt hier wieder und da ist ein Glibber für neue Fakke komm mal her mein Freund ey nicht angreifen ich brauch noch nur dein Glibber und deine Kupfermünzen Fakke für unser Haus so erstmal eine Holzklappe nochmal bauen und ganz wichtig eine Werkbank so so die packen wir mal da hin auf die neuen und dann machen wir mal wieder unser Kabuffe zu ups ey so der Bogen ist vielleicht ganz hilfreich und dazu können wir dann da mal ein paar Pfeile machen so so haben wir mal ein paar Pfeile die dann auch was schießen können ähm was können wir denn daraus hm ich weiß nicht was die können ja oh die sind stärker dann haben wir mal schon mal stärkere Pfeile haben wir mal schon mal ein upgrade die ich schaffen und wollten aber hier bestimmt Holzfahnd Holzfahnd so weil da war noch ein anderes Werkzeug nötig um um das ganze zu machen hier so ein Hammer genau Hammer war das wir brauchen und jetzt können wir hier nämlich ne das ist ein Hammer oder ich glaub das war ein Hammer äh ich glaub doch genau die können wir nämlich nicht setzen so ähm hallo du stinkt hier so 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 der Holz haben wir da ah da seht ihr jetzt jetzt geht's los wir können nämlich kein Loch in der Mitte hier aufreißen so jetzt geht's hier los jetzt machen wir alles schick und dann machen wir mal hier dann das dann nur so bam 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 hey ah ich hab ne Idee ich hab ne Idee heute werden wir jetzt Holz jetzt bauen wir hier nämlich so ein kleines Tor und hier vorhin noch alles platt und können dann hier natürlich hier noch unten so ein paar Türen hinbauen so zack warte ah wo waren denn Türen da waren Türen ich will nämlich eine und noch eine und die wollen wir auf den achten Slot haben und dann passt auf jetzt geht's los jetzt bauen wir hier die hier so ein neues Loft hier hin ja komm ähm haben wir noch Erde? Erde Erde natürlich wir haben Erde wir haben überall Erde ähm wir haben aber kein Holz mehr das ist eigentlich aber dafür haben wir hier unseren Privatöne Wald zur Verfügung und holen das mal ganz schnell wieder zur Verfügung und damit wir ein bisschen mehr Holz haben weil wir sind natürlich ein paar Holzfäller noch in den Kampf ziehen wir noch nicht obwohl wir können unseren geilen Bogen auswählen denke ich mir so da war irgendwie irgendwie war das nicht so geil aber wir sind einfach mal richtig gut ey komm schon wir wollen den Baum hier fällen und nicht nur die kleine Wurzel sonst gibt er auch ein so erstmal unseren Pfeil wiederholen zack haben wir unseren Pfeil wieder und komm 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 zack haben wir den da ist noch ein bisschen Kupfer ich weiß noch nicht so viel wir den Kupfer brauchen aber wir sammeln essen das Kupfer kann ja nicht schaden wenn man ein bisschen mehr auf der Tasche zu haben ist doch gar nicht mal so schlecht hey du sprichst hier rein ich wollte gerade sagen das hättest du nämlich aufs Maul gegeben so hi ey jetzt gibt's aufs Maul ich bin glaube ich voll der schlechte PvP Spieler in dem Spiel boah komm her boah ich bin so schlecht eigentlich ich bin noch nicht über mich rüber boah ey manchmal fass ich mich selber gegen die gegen die stören und denk mir Dominik was bist du eigentlich für ein inkompetentes Stück scheiße aber dann denke ich mir jo ich kenne Daniel und dann ist es noch schlimmer nein Spaß Daniel ist ganz cool ich meine wir mobben uns ab und zu mal aber das machen wir immer im Team oder relativ oft aber im Grunde haben wir uns alle ganz alle große glückliche fangen mit der hier hey da fangen wir hier weil wir sonst hier so komisch rüber springen wenn wir uns gegen die Decke springen und deswegen fand ich es jetzt nicht so lustig und war natürlich wieder falsch ey jetzt jetzt ist jetzt hier aber los erstmal wieder ins Haus gehen und dann erstmal wieder ein bisschen weiter abbauen so zack da haben wir erstmal so unser Haus können hier rüber springen wie wir lustig sind und haben dann hier können dann hier mal die Wand einsetzen die wir gerade uns noch gemacht haben so zack bämbämbämbämbäh bämbämbämbäh bämbämbäm ich glaube da gibt es eine effektivere variante aber ich würde es jetzt ordentlich haben so ist nur so ordentlich gebastelt und ich würde sagen wenn wir hier noch eine fackel reinhauen wir haben auch die folge jetzt beenden dann aus dem video fertig machen und wir machen ein bisschen modisch gedacht heute machen dann sollte es trotzdem von der folge gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann hoffen wir können wir vielleicht mal gemeinsam mit dem projekt spiel weiter darauf hätten wir wirklich richtig richtig bock und wenn ich hoffe ich trotzdem ist natürlich das video hat euch gefallen und wir sehen uns haben wir mittwoche freitag oder montag um 17 oder bei einem der anderen videos wieder bis dann halt die loren steif und tschö mit euch hoffe ihr habt noch viel spaß mit eurem neuen uploadplan wenn ihr ihn noch nicht mitbekommen habt ihr ab dieser woche ist nämlich ein neuer uploadplan mit dem neuen projekt zum beispiel unter anderem und ich habe jetzt schon so viel montag mit woche und freitag jetzt angekündigt dass es jetzt auch reicht deswegen mache ich es auch nicht noch mal und da würde ich euch einfach noch einen schönen und montag bis dann hat die loren streif und tschö mit euch 0